Ich muss trotzdem da hoch. Kann man da hinten irgendwie hoch? Ich bin da gerade runtergesprungen, weil ich hier... Hmm. Da geht es doch bestimmt auch hier hinten irgendwie hoch, ha? Oh, das war mal ein Mensch. Hier ist eine Brücke. Hier habe ich ihn auseinandergebracht, der war schon näher. Hier ist ein Tunnel, hat sie gerade gesagt. Da. Genau, hier geht es hoch. Ja, mal gucken, ha? Hier kommt der... Sache mal näher. Hier waren auf jeden Fall Männchen gewesen. Da oben. Okay. Wo geht es denn da lang? Mal gucken. Ich hoffe, die Leitzeit ist jetzt nicht mal so kurz. Ich muss was trinken. Das tut mir schon da halt weh. Ich mache jetzt noch acht Minuten und dann... ...ist dann noch Feierabend. So. Hey. Ist da schön versteckt. Kein Kopf, keine Beine und keine Arme. Nur so ist... Nur das ist ein guter Blünderer. Okay. Dankeschön. Aber lassen wir noch was übrig. Ich habe den härtesten Hammer in der Hand, den es gibt. Der liegt alle flach. So. War das im Wortspiel. Hm. Schwere Munition. Ich muss wahrscheinlich hoch. Was bröhnt hier hinter alles so? So. 26 Meter in die Richtung. Und da rein. Okay. Kommen wir mal. Auf die letzten 5 Minuten. Da haben wir ja wieder einiges geschafft. Mit Hürden. Mit einem defekten Aufnahmeprogramm und so weiter. Hey. Sag mal. Bleibt es noch stehen hier? So. So. Dankeschön. Wie ist es nicht weiter. Hier ist noch ein Energy-Trink. Genau. Hier noch etwas. Leichte Munition. Kann man immer gebrauchen. Adrenalin. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh. So. Dann lasse ich mal hier rein. Genau. Was auch das immer sein mag hier. Irgendetwas. Könnt ihr euch ja durchlesen. So. Okay. Gehe ich mal hier raus. Gut. Ihr könnt ja da mal hier so. Ich muss den Informationshändler wegen. Ihr könnt ja auch Pause machen. Warum nicht? Ich bin bei sowas immer sehr ungeduldig. Wie viele Blindere befinden sich in der Station? Ja. Ähm. So. Ich habe ein Telefonatgespräch geschult. Hm? Mach mal was. Äh. Aber hier geht es noch nicht mehr weiter. Ich muss hier hin. So. 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 Okay. Das bleibt mir anders übrig. Ist ja nur die eine Möglichkeit. Dankeschön, das ist ja gar nicht. Okay, da geht es also nicht lang. Kann ich in Kampf verwendet werden, also muss ich jetzt mal alle töten hier. Kommt hier drauf, ich möchte hier mal hacken. So, dann wollen wir mal. Erstmal schnell mal umsehen hier. Genau, hier oben auch, oder nicht? Hier? Ja. Ja. Hier war er gewesen. Eins. So, zwei verlassen, okay. Hier war nicht besonderes. Wir müssen jetzt hier lang. Oder nicht, oder da lang? Hm. Jetzt auch nicht. Hier ist noch was. So. 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 Okay. Jetzt müssen wir mal schauen, oder? Wir waren hier. Dann war ich aber auch hier. Und hier ging es ja nochmal hoch. Da lang, glaube ich. Da war schon jemand schneller als ich. Da war schon jemand eher da. Aber hier ist auch nicht besonderes. Ja. Oh. Hi. Um. Gibt es hier eine nächste Person? Gibt es hier eine nächste Person? Also ist hier drinnen? Gut. Kein Quatsch mehr mit der Person. Gut. Wie ich bereits erwähnt habe, ich suche nach einer gewissen Information. wo ich halt mal. Mhm. Okay. Und warum? Ich werde die Aussprichte für jemanden, der den... Okay. Immer freund mich. So. Na dann schmeißen wir sie raus. So. Können wir ihnen nicht von der Station aus den Saft abdrehen. Nö. Geht nicht. Ich werde sie von der Luft bringen. Okay. Hm. So. Ja. Das war mir erstmal genug. Ich will gehen. Ja. Komm. Hör auf zu quatschen. Wo muss ich lang? Da lang. Und dann speichere ich erstmal ab und mache erstmal Feierabend. Das war ja heute lang genug durch diese Unterbrechungen heute. Also wenn ich was machen will, wenn ich ständig unterbrochen habe, ist dann auch nervig. Ich wünsche mir manchmal... Ich könnte damit Geld verdienen und ein eigenes Büro haben. So. 500 Meter in die Richtung. Dazu muss ich erstmal hier runter. Okay. So. Mal ganz sanft hier runter springen, weil sonst bin ich gleich blatt wie eine Flunter. Okay. Das sind gute Menschen. Ah. Hier. Ich muss bald zurücklos werden. Jetzt bin ich vollkommen überlastet. Jetzt. 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 Wir müssen... Wo bin ich? Wir müssen. Wo bin ich. So jetzt nochmal, ach hier bin ich, wir müssen hier rüber, ja das wird ein Spaß, aber in der nächsten Aufnahme, danke, dass ihr zugeschaut habt, bis dann noch viel Spaß habt, tschüss.